Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Insider, Jason Momoa und Aiza González, Liaison nicht ernst. Die Spekulationen über Jason Momoa's 42 Liebesleben reißen einfach nicht ab. Im Mai machten erste Gerüchte die Runde, dass der Schauspieler mit seiner Kollegin Aiza González, 32, anbandeln soll. Rund einen Monat später hieß es allerdings wieder, dass die beiden kein Paar mehr sind. Trotzdem wurden die beiden öfters zusammengesichtet. Vor wenigen Tagen machten sogar wieder Gerüchte die Runde, die Schauspieler sollen nicht getrennt sein. Ein Insider sprach jetzt vermutlich Klartext, es ist nichts Festes. Der Insider verriet gegenüber People den Grund, wieso die beiden im Moment nicht zusammen sind. Sie haben beide sehr beschäftigte Karrieren. Sie treffen sich, wenn sie in der gleichen Stadt sind, meinte der Insider zu wissen. Sie genießen es. Es ist nichts Ernstes oder eine Beziehung. Aiza ist im Moment nicht auf der Suche nach so etwas. Dennoch, es gibt da eine Anziehungskraft, sagte die Quelle über die Verbindung von Jason und Aiza. Aiza mag ihn wirklich. Er ist ein lustiger Typ. Sie bleiben in Kontakt und sehen sich, wenn sie können, erklärte der Insider weiter. Hey guys, this is Gunsham. Dann subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.